Das ist schwerer als ich dachte. Leute, ihr glaubt nicht, was für eine Gänsehaut ich hab. Ihr glaubt das nicht. Okay, ich bin gerade zurück vom zweiten Weihnachtstag von der schönen Familienfeier. Es war richtig nice, richtig geilen Tag wieder gehabt. Es ist spät abends und jetzt kann es aber losgehen. Die Streamerwoche geht heute los und das ist sozusagen das erste Video davon. Es gibt noch ein Video zur Streamerwoche. Ihr seht schon den Titel, das wird ein sehr wichtiges Video für mich, weil es dann doch einiges zu bedeuten hat. Für mich. Ja, und ich weiß gar nicht, wie wir das angehen sollen. Also jetzt, wenn ihr das Video seht, ist das Stream an wahrscheinlich. Wir werden heute spät streamen, also wie, ja, heute Abend. Und die nächsten Tage werde ich erstmal mittags streamen. Ja, so ist das geplant und dann wieder abends Richtung Wochenende oder so. Ja, auf jeden Fall, das werde ich jeden Tag anders gucken. Ups, wann ich Zeit hab. Aber jetzt seht ihr schon den Titel. Ich setze meine Statistiken zurück. Scheiße, Alter. Wir gucken uns einmal meine Statistiken an, setzen sie zurück und spielen eine Runde. Würde ich sagen, die erste Runde spielen wir gemeinsam ein Video. Und dann geht's rein los mit dem Stream. Ich hab richtig Bock zu zocken heute. Es sind ordentlich Leute online. Ja, 71 Leute Freifall. Es ist richtig perfekt gerade. So, wir gucken uns einmal meine Statistiken an, die ich mir hier erkämpft habe. Am PC, im Placot 2. So ein geiles Spiel. Ich bin nicht sogar das wichtigste Spiel für mich am PC. Ja, eigentlich ist es so. Wow. Hier hab ich mein Aim gelernt. Hier hab ich alles gelernt. Alter Schwede. Das ist schon so ein bisschen, sowas bin ich dann halt immer so jemand, der das recht wichtig nimmt. Meinen Leuten ist das scheißegal, aber mir ist das halt ganz wichtig. 63.000 Kills gemacht. 63.000. Scheiß die Wand. 63.000 Kills hab ich gemacht. 156. Über 2.000 Siege. Fast 2017 Siege. Äh, 16. Also das Jahr, wo wir grad sind. Ja, so viele Punkte. 380 Punkte pro Minute. 1,8. Das muss ich mir mal... Ich mach davon, glaub ich mal. Ach nee, warum will ich davon ein Foto machen, wenn ich die Aufnahme habe? Oh, ich bin so ein... Also, eine 1,5,6er Quote. Wir versuchen, die mindestens zu verdoppeln. Nein, eine 3er Quote wäre halt heftig. Das ist mein Ultra-Ziel, insgeheim. Aber ich glaub, eine 2er Quote muss es halt einfach sein, wenn wir jetzt uns wieder zurücksetzen. Ich will eine 2er Quote erreichen in dem Spiel. Das werd ich aber auch schaffen, hoffe ich. Die will dieses Spiel und ich kann es richtig gut. Punkte pro Minute ist mir nicht ganz so wichtig. Sieg Niederland-Fällen soll richtig geil sein, richtig hoch sein. Da werd ich auch nur Freifahler spielen. Da werd ich das richtig hoch pushen. Und das hier auch. Also, mir geht es wirklich darum, im Stream mit euch diese Werte richtig hoch zu pushen. Von komplett Level 0 an. Ich weiß nicht, ob wir Prestigen werden. Ich weiß das alles nicht, wie schwer das sein wird, ohne die ganzen geilen Sachen auszukommen. Oder ob ich bis Level 55 hoch lebe und dann nicht mehr Prestige. Aber es tut mir so... Oh, Prestige-Meister, guckt euch das an. Maximalstufe. Es ist traurig, aber ich werd das durchziehen für euch. Für den Stream. Für diese geile Streamer-Woche. Ich hab richtig Bock drauf. So, kurz einmal kurz in die Zusammenfassung gucken. Die letzten Spiele sind jetzt hier nicht der Wahnsinn. Leider Gottes. Aber es wird trotzdem... Bin ich besser als 1,56. Da bin ich 100% von überzeugt. So. Frei für alle. 46er-Siegesserie. Die kann man natürlich auch versuchen zu überbieten. Ja, Alter. Das ist nicht so spannend. Medaille wird wieder spannend. Ich hab keine Nuklear geschafft. Vielleicht werden wir eine in den Streaming spielen. Kann ja sogar sein. Eine gleiche Nuklear. Das wär heftig. Würde ich die auch hochladen, wenn ich das dann krieg. Zweimal brutal. 12x und nachgeblich. 53x Skopelos. 268x Nagelos. Und an die 3000x Blood-Undsieg. Ein Megaabschuss. Okay, das sind also die Medaille sind nicht die superheftigen, aber ich bin auf die brutal natürlich schon stolz. Ein Nuklear wäre natürlich schöner. Hab ich an der PS3 denn gehabt damals. Da war ich dann eben noch ein Stück besser. Aber PC ist einfach für mich geil. Aber ich mag es einfach mehr. So. Das ist erstmal nicht so wichtig. So, weiter geht's. Waffen. Oh, Leute. 8.555 Kills mit der SCAR. Aber so eine schlechte Prezi. Die können wir auch hochballern. Und auch die Quoten hier wahrscheinlich. All das werden wir machen. Wir werden auch die Sturmgewehre wahrscheinlich auf die hier spielen, weil ich will das machen. Die A in 94. 7.200 Kills. Oh Gott. MP7 auch so viel gespielt von Anfang an. Das werden wir wahrscheinlich gleich am Anfang auch machen im Stream. Und jetzt gleich. Wie Fall. Echt? Wie Fall so viel? Ämter so viel. Auch interessant. Ach, Mensch, Leute. Wo sind die MSM-Zählen? Die fehlt mir hier ja wirklich so ein bisschen. Das ist gar nicht. Die MSM-Zählen gespielt. Wo ist die denn? Nickerblind? Ah, ist ja auch egal. PDW auch. Ah, jaja, jaja. 1500 Prezi in der PDW. Ah, jaja, jaja. C4. Hier, gebt euch das mal. 3000 Kills rein mit C4. Und Punkt ist ja, wie viel Hater hatte ich? Äh, Orbital-Satellite. Ist ja, ich war da hier irgendwo. 185. Das geht eigentlich gar nicht so viel. Aber wir werden gute Stats erspielen. Ich habe richtig Bock mit euch, hier im Blackout 2 richtig was zu reißen. Ich bin so gehypt für diesen Stream. Und deswegen würde ich das, was ich jetzt gleich tue, wäre. Mache ich mit Stolz. Und ja, wir sind durch. Wir sind Statistiken. Ich würde sagen, es wird Zeit. Ich muss mich überwenden. Eigentlich ist es nicht so wichtig, aber für mich persönlich dann doch irgendwo. Äh, wie mache ich das jetzt? Hä? Hä? Bin ich gerade doof? Kaserne. Prestige. Oh Gott. Prestige-Modus. Ei, 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 ei. Da ist es. Ich kann noch extra Plassen... Lol, ich kann mir noch einen zusätzlichen Plassenplassen. Das ist mir jetzt egal. Setzt alle Statistiken und Freischaltung vollständig zurück. Wenn sie von vorne beginnen möchten, ist dies endgültig. Ei, 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 Jungs. Oh Mädels. Scheiße. Ja, ich habe gesagt, ich habe es groß angekündigt. Jetzt muss ich es auch durchziehen. Das ist für mich gerade nicht einfach. Wenn sie von vorne beginnen wählen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich fand das immer dumm. Aber jetzt gerade macht es so Sinn. Für die Streamer-Woche wird ihre gesamte Karriere mit allen Statistiken zurückgesetzt. Ich bin Prestige-Master. Es werden auch alle Freischaltungen wie Waffen, Punkte, Serien, Tarnung und Visitenkarten wieder gesperrt. Mit anderen Worten, es ist wie ein Neuschott des Spiels. Sobald sie dieser Option gewählt wurde, ist dies endgültig. Ja. Oh, das kommt nochmal. Oh, ist das schlimm. Wenn sie von vorne beginnen, werden sämtliche Vortritte gelöscht. Es gibt dann kein Zurück mehr. Sind sie sicher, dass sie noch einmal ganz von vorne anfangen möchten? Wenn sie das Spiel zum ersten Mal starten. Ja. Oh Gott, es ist nochmal. Oh mein Gott, es ist nochmal. Es ist nochmal. Oh, was will das Spiel denn von mir? Ich bin so aufgeregt. Es ist ihre letzte Chance. Ich bin Prestige-Master, Jungs. Es ist wirklich... Wahrscheinlich mache ich so einen Affen drauf und sie denkt euch so, macht doch jetzt endlich. Es gibt kein Zurück. Sie sind wirklich sicher. Ja, ja, ich bin... Der will, dass ich zweifle. Der will, dass ich zweifle. Ich muss jetzt da drauf drücken, dann ist alles vorbei. Und ich jetzt... Ja, ich will von vorne beginnen drücken. Ja, ich will. Oh Gott, Gott, Gott. Das ist schwerer, als ich dachte. Wobei, so schwer... Ach, wisst ihr was? YOLO. YOLO. Hey, guck mal, ich bin Level 1. Oh Gott. Oh, ist das peinlich. Ich habe gar nichts. Okay. Die erste Runde werden wir jetzt gemeinsam spielen. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Natürlich nicht eingespielt, wie denn auch. Ich hätte noch überlegt, nur eine letzte Runde zu spielen, aber... Ach, das juckt doch keinem Menschen. So, alles, was wir jetzt spielen... Ich bin Level 1 und die werde gleich ein blaues Wunder erleben. Die erste Runde spielen wir jetzt hier noch live. Alter, halt die Fresse. Und gleich hau ich den Stream an. Äh, stumm. Gleich hau ich den Stream an, Leute, und dann kann es losgehen. Sobald ihr das Video seht, ist ein bisschen spät geworden heute. Wie gesagt, ich war halt noch mit der Familie unterwegs. Ich denke, das wird ihr mir verzeihen. Und wir werden wir heute noch ein paar Stunden spielen. Äh, ich bin gespannt, wie weit wir heute leveln können und was wir für Stats, äh, erreichen werden. Level 1, da hab ich jetzt mal zu meiner Frau nicht wissen zu viel, alles klar. So. Ich mach mich ready für dieses Spiel. Das bedeutet, immer 8200 DPI einzustellen. Und all das, was ich jetzt spiele, hat extreme Auswirkungen auf meine KD. Das heißt, ich muss mir Freiraum schaffen. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen leiser sein, weil ich mein Mikrofon jetzt ein bisschen weggestellt habe. Äh, ist das überhaupt ready eingestellt, das Mikrofon? Ich weiß alles nicht. Ich hoffe mal, dass mein Mikrofon auch aufgenommen wird. Das ist alles, es ist wirklich neu für mich, jetzt level 1 zu sein. Aber, wir können von vorne anfangen. Es ist nice. Es ist genau das wollte ich ja haben. Dieses Spiel. Eieieiei. Okay, let's go. Ähm, ich mein, sagen wir spielen den hier. Weil die Scorpion bin ich nicht so der Fan von. Okay. Noch einmal kurz geguckt. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Mein erster, komm. Ich will zuerst keinen Kill, äh, keinen Tod haben. Ich will zuerst einen Kill haben. Ich bin... Oh, natürlich hat's nicht geklappt. Ich bin so aufgeregt. Aber okay, jetzt, jetzt, ist jetzt. Oh Gott. Ich bin so aufgeregt. Wir müssen uns natürlich das gute Equip erspielen. Und dann können wir uns natürlich hochspielen. Okay, jetzt ist, jetzt ist bei mir alles wieder frei. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh. Ah, doch, den Kill habe ich bekommen. Wo? Hä, die habe ich einfach nicht gesehen. Oh, was ist das für ein Spawn? Habt ihr den gesehen gelangst? Granate auch am Stand. Ich hab doch da gerade reingeguckt, oder? Lol. Ich bin so aufgeregt. Ich will gut spielen, aber ich bin scheiße. Ja, 0,5. So muss das da laufen, oder? Nein, natürlich nicht. Oh, wie viel kommt denn noch? Okay. Wir versuchen das einfach mal. Auf jeden Fall gewinnen. Das ist natürlich Pflicht. Und jetzt, ich darf mich nicht so anstellen hier. Komm Mario, zeig doch mal, dass du für ein toller Fruity Pro bist. Okay, und ich kriege ein EP gedrückt. Und kriege ein Tropfchen. Aber wir brauchen bessere Waffen. Das geht so nicht schnell ziehen. Bessere Waffen. All das brauchen wir. C4. In der Hinsicht war ich ja echt verwöhnt als Prestige Master. Aber AIM sitzt trotzdem einigermaßen. Zwar un... Okay. Ja, jetzt mit EMP. Ich muss einfach ein EMP gedrückt bekommen. Dann lockt alles viel besser. Oh, da unten war auch einer. Aber schon eine 2er KD. Und ich kriege wieder ein EP gedrückt. Da kommt doch locker gleich einer. 3, 2, 1. Ja, Leute. So muss das doch laufen. Oh, da unten war noch drückt einer. Aber wir sind 2er geworden. Mit einer guten KD. Okay. Geile 1. Runde Level 4. Direkt zum Klassen machen. Dann mache ich mir geile Klassen. Okay, so geile Klassen kann ich mir noch nicht machen. Aber es war doch geil. Ich war erst richtig schüchtern. Nein, schüchtern ist die an. Sonst wie. Ich war erst richtig zurückgehalten. Und das war ein Fehler. Oh, die ist gar. So, jetzt müssen wir uns alles wieder neu erspielen. Aber ich habe richtig Bock. 17 zu 7. Geile Statistiken. Kommende Dreiecke. Die schaffen wir irgendwie mit geilen Waffen. Ey, das wird geil. Ich habe richtig Bock. Okay. Das war das Video. Das soll jetzt auch nicht länger gemacht werden, damit ich irgendwie schnell rendern kann. Und dann irgendwie schneller nach oben kann. Und damit ich den Stream machen kann. Ich freue mich auf euch im Stream. Ich hoffe, ihr kommt alle dabei. Und ihr seid mit mir. Wir können alles besprechen. Wir können über alles reden. Ihr könnt mitzocken, wenn wir es irgendwie hinkriegen, wenn ihr Black Ops 2 für einen PC habt. Oder wir spielen auch was anderes. Kommt in den Stream. Schreibt mit mir. Und ja. Das war es von diesem Video. Bis zum nächsten Video. Und vor allem bis zum nächsten Stream. Jeden Tag wird jetzt gestript. Let's go.